89 Stunden, RTL, 89 Stunden, knallwach. Ihr seid im Studio, 89 Stunden, breitet durch, ihr habt die Hälfte überwunden. Ihr seid wach, ihr seid knallwach. Grundsätzlich bin ich auch nicht mehr als ein kleiner Stalker, ein kleiner Fisch, ein rosa, roten Teich, der für sich noch nicht das Beste weiß. Und scheint planen, ob du mir was vormachst, ein Hin und Her zwischen echt und mir. Auch ohne dich baue ich mir ein Spiel, es ist mein Dasein, mein Dasein ohne dich. Nur ich versteh das nicht, ich versteh das nicht. Ich warte auf dich unter deinem Fenster, ich steh am Garten so ab, bis du an mich denkst. Denn ich bin da, für dich da. Ich bin da, für dich da. Du brauchst keine Drogen, um auf Wolken zu schweben. Scheine nackt wohl, um einfach völlig frei zu reden. Sei meine Ruhe nach dem Sturm, mein Schutz vom nächsten Leben. Ich warte auf dich unter deinem Fenster, ich steh am Garten so ab, bis du an mich denkst. Ich bin da, für dich da. Ich bin da, für dich da. Ihr seid schnell weit. Ja, also das war eure persönliche Knallwach-Version. Das ist ja ultra, ultra geil. Also, ich bin ja jetzt hier nicht der Mann mit Gänsehaut, aber ich hab gerade welche bekommen. Super geil gemacht, Jungs, Martin und Jolas von Kronach, euch findet man im Netz, euch findet man auf Facebook und man kann euch jetzt die nächsten Jahre immer wieder geil auf euren Konzerten beobachten. Auf jeden Fall. Ja, und dann wisst ihr auch noch, wo ihr entdeckt worden seid, bei 89.0 RTL. Ja. 89.0 RTL